Mein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir hierher. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Lucy. Hallo Lucy. Hallo. Ich bin Fräulein Clodin. Wow. Was machst du denn in Fupsgarten? Also, ich mache hier Abenteuerurlaub. Wow, wie spannend. Ja. Aber was hast du denn alles schon erlebt? Also, ich habe schon Schnecken vertrieben und nichts tun. Oh, das ist das Schönste am Urlaub. Ja. Und eine Urlaubslimo trinken. Oh ja, super. Prost Lucy. Prost Fräulein Clodin. Jetzt fehlt nur noch Fupp. Stimmt. Fupp, 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 Fupp. Hallo. Hey, da bist du ja. Da bin ich. Schön. Voll schön in deinem Garten. Jawohl. Auf den Urlaub. Auf den Urlaub. Tschüss. 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 Vielen Dank.